guten morgen herzlich willkommen zu marktüberblick von tradingportal.net wir haben freitag den 29 november 2019 dies thanks give you wochen neigt sich dem ende zu die uns letztendlich alle erwartungen erfüllt der dax hängt in einer sehr engen handelsspanne fest kommt nicht voran das sehen wir auch sehr gut hier im dax wochen chart und schaden unsere aktuellen dax wochen karte sehr enge handelsspanne aktuell per doji es würde mich nicht wunder wenn wir die woche auch so beenden würden gestern feiertag an den us-börsen heute verkürzte handel bis 19 uhr am abend wird es also wieder sehr wo der handel wieder komplett einschlafen mal schauen ob noch eine puls gesetzt werden kann denn wir haben heute auch den monatsabschluss november die november kerze wird vervollständigt und ja so wie es ausschaut wird der dax wohl innerhalb des rentkanals diesen monat wenden es sei denn die bullen können auch einen großen angriff deutlich über die 13.300 starten gut der blick zum dax wochenschort letztendlich behalten meine worte der letzten tage und jeden ausblick ihre relevanz wie ihr sehen könnt gibt es keinerlei veränderung dieser wochenkerze sehr enge spannen als doji städte auf einstand und innerhalb des trendkanals hat sich somit nichts verändert und innerhalb der drei vor wochenkerzen damit hatte aber auch der dax die bewegung der us-börsen us-indizes nicht mehr mitgenommen blieb immer zurück er wollte anscheinend nicht über diesen trendkanal nachhaltig hinaus brechen und innerhalb des trendkanals besteht nun mal die chance dass man noch eine konsolidierung einleiten nach der close der 13.000 wird diese beginnen mit zwischenmorgens 12.800 850 12.600 650 richtung mittleres bollinger band was hier so hoch marschiert aber dafür muss in das gap um 13.000 geschlossen werden bleibt es offen können wir es auch zu weihnachten hier mit diesen kleinen kerzen weiter entlang hangeln an der oberen trendbegrenzung allerdings haben wir wie mehrfach schon erwähnt am 15 dezember eben auch noch die entscheidung zu den weiteren strafzellen phase 1 die muss in diesem jahr noch entschieden werden ansonsten droht eben eine weitere zollrunde das ist dieser große unsicherheitsfaktor der noch im markt besteht neben diesen verwerfungen an repomarkt hier erwartet man ja zum quartals und jahresende durchaus nochmals nochmals verwerfungen welche die fed vom letzten quartal immer noch nicht beruhigen können das hier ist auch noch ein unsicherheitsfaktor zwei unsicherheitsfaktoren faktoren sind zumindest aktiv richtung jahresende auf wochensicht nichts passierte dax müsste wie erwähnt über die 300 schon deutlich noch steigen um sein anschluss käufe richtung 375 444 und dann der abprallere richtung allzeit hoch zu bewerkstelligen es sieht nicht danach aus dass er dies heute schaffen könnte haben so werden wir innerhalb verbleiben und innerhalb der vor wochen kerzen erst unterhalb der 13.000 könnte auf wochensicht ein neues signal erfolgen ansonsten hangeln wir uns hier gemütlich entlang und der blick zum dax tagesschau für jede kerze einen tag darstellt bestätigt diese handelswoche nur zu gut hier sind unsere vier tages kerzen dieser woche drei davon sind doji fast die die vierte auch fast schluss auf einstand so gut wie kaum was passiert eine enge spanne innerhalb dieser neutralen range ich hatte euch ja im wochenausblick erwähnt dass unsere erste neutrale range hier vom mittleren bollinger band richtung 280 300 ausgebildet wird wir haben uns dort auch nur aufgehalten kein neues signalerzeug schluss immer nahezu auf einstand mit kleinen doji kerzen über sehr geringem volumen das volumen gestern gottes willen wenn hat man das letzte so ein geringes volumen aus im september wird vor auch noch höher es ist ja sehr sehr geringes volumen us-börsen dürfte anscheinend gar nichts und schluss auf einstand keine signal und damit ist dieser range neutrale range heute läuft das mittlere bollinger band bei 13.180 richtung 250 280 300 weiter aktiv diese neutrale spannung wenn wir das mittlere bollinger band reisen würden könnte diese zonen aktiviert werden mit zwischen morgen 140 110 und 13.045 hier die untere present bekannt läuft genau hier wo das geld verläuft für 13.000 treffen sich ja beide wer hat dann eine große anlauf marke wenn man nachhaltig als mittlere bollinger band her geben dass man diese zone neutrale range von dieser woche hier verlassen und mittlere bollinger band nachhaltig reisen würden wir als perspektivischen diese zone hinein bewegen richtung gelb und untere trend begrenzung falls wir hier durchbrechen diesen bereich dann beginnt nun wirklich die richtige konsolidierung mit mehreren zwischen morgen wie im wochenschort bereits erwähnt 850 800 600 650 könnten dann in zwischenschritten erreicht werden ob halb der 300 mittlerweile 330 diese trend bekannte 100 330 wird diese zone hier aktiviert werden über die 375 richtung 440 könnte diese spanne erweitert werden dafür bräuchte es aber wieder noch einen deutlichen impuls als sektoren im tageschort sind weiter aktiv gott zusammengefasst von mittlere bollinger band 180 200 250 280 300 330 auch noch sein wäre diese neutrale spanne unterhalb von mittlern bollinger band diese diese bereich aktiviert über die 140 110 13.045 richtung gap um 13.000 diese zone darf dann nicht brechen ja dann wird die konsolidierung beschleunigt oberhalb der 300 330 hingegen wird es vor wochen hoch attackiert bei 375 die 400 und die 440 wären dann logischer anlauf ziele mal schauen ob ein impuls heute anstehen kann wir haben den monatsabschritt wird ein bisschen gepusht future stehen allerdings etwas schwach und wie gesagt die unsicherheit brauchen wir noch eine weiter unsicherheitsfaktor wir haben noch brexit und die wahl wenn jetzt der bohre johnson also eine hohe mehrheit eine hohe mehrheit bekommt dann wird das thema brexit natürlich diesen monat noch akut das wäre auch noch ein weiterer punkt also wir haben einige unsicherheitsfaktoren durchaus im dezember noch aktiv und wenn man den monat innerhalb des trendkanals beenden hätten die bullen eine chance liegen gelassen eine gute chancen und es war ein bisschen auffällig dass sie diese chancen diese wusste die us indizes als der toch nach als der toch in letzten tage erreicht haben nicht mit aufgegriffen haben um die letzten punkte für den ausbruch mitzunehmen der tax wollte diesen ausbruch mit nicht mitnehmen das war schon sehr auffällig nur gut das soll es gewesen sein die marken sind bekannt sie sind auf der webseite trading portal net auch im tagesartikel nochmals vermerkt ansonsten würde ich mich freuen wenn wir uns dann gleich im trading start auf trading portal bogen net sehen würden vielen dank fürs zuschauen zuhören und bis gleich ciao